Hey, meine Herren, Bauken und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode zusammen aus Mowenski. Mowenski! In der heutigen Folge spielen wir Skyblock, aber natürlich nicht ganz normal, sondern aller 30 Sekunden wird sich unsere Skyblock-Insel verwandeln in random Blöcke. Da können alle kommen, die ihr euch irgendwie vorstellt. Ich bin sehr gespannt. Wir sollten uns beeilen, indem wir schnell mal die Mom abbauen, bevor sich die Insel nämlich verändert und wir dann kein Holz haben. Das wäre sehr problematisch. Robi, Robi. Und ein Setzling. Setzling. Leute, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Flankt den Like-Button, wenn ihr eine Serie haben wollt, in denen wir mehrere Episoden hier zoggen. Und vergesst nicht, auch zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Oh, oh. Was ist? Oh, no. Oh, no. Setzling, Setzling. Oh, no, 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 no. Wir sind ja nicht auf TikTok, Juliener. Wir sind ja auf YouTube. Setzling, hab einen. Stark, stark. Bist du in Erde vielleicht noch? Ja, die Blöcke, die wir platzieren, sind safe. Also, warte, 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 ich mach hier, äh, so, boom, boom, boom. So, bau mal so viel ab, wie du kannst noch. Wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Oh. Na, so viel Zeit haben wir nicht mehr, ehrlich gesagt. Wir nehm ich noch. Oh, oh, automatisch springen war der an, hab ich genau gemerkt. Wo war das? So. Habst du eine Insel? Oh. Jo, Diamanten, Alter. Jo. Aber steckst du ja auch ganz, grad, ganz komisch fest. Nee, ich bin natürlich klug genug gewesen, von der Insel runterzulaufen. Ah ja, ich steck natürlich auch nicht was. Ja, wir können die Diamanten nicht abbauen, die bringen uns nix. Hier ist ein Teppich, hier ist ein fliegender Teppich. Können wir Teppiche gebrauchen? Nee, oder? Eigentlich nicht. Okay, also wir müssen uns auf jeden Fall hier so eine kleine Safe-Insel bauen, die nicht gelöscht wird. So, wir brauchen eine Axt. So. Jetzt bauen wir zumindest den Tropenbaum hier noch ab. Und da... Entschuldigung. Ich geb dir mal die Blocke hier. Wir haben auch Teppich. Ich mach ein bisschen schick hier auch machen. Und ich kann... Ach nee, ich platziere mal den Baum, oder? Äh, ja. Hast du meinen Teppich da grad gelöscht? Ja, mach doch, was du willst, Lida, ey. Ja, aber ich will auch, dass der Baum wächst. Ja, du hast da ein bisschen verschw... Also, nee, war halt nicht schlecht, aber gut. Also, das ist wieder eine Todesfalle. Äh, damit man in jeder Ecke... Ach nee, wir müssen doch die Tiers abbauen. Ach nee, können wir gar nicht. Oh mein Gott. Was ist jetzt? Ich tippe auf Eisen. Alter, Schildkröten-Eier! Und Teppwolle! Das ist beides krank sinnlos. Entschlüpfen die jetzt hier einfach? Ich will die nicht abbauen. Das sind arme Chilis. Chilis. Chilis, ey. Chilis. Chilis. Wir haben zwei Betten. Aber wir haben keinen Platz, die zu platzieren. Doch, hier. Jetzt der Baum noch wächst, ist sehr fraglich. Eher nicht, glaube ich. Aber wenn wir gleich mal eine Insel kriegen, wo wir... Elina, Mann, ey. Entschuldigung, ich brauchte die Wolle. Wenn wir mal eine Insel kriegen, die auch mal Blöcke breit gibt, die wir gebrauchen können, dann können wir auf jeden Fall weiter machen. Tschüss, Elina. Wow. Alter, Gold. Kann man das? Was ist denn das hier? Wir brauchen schon wieder Stein. Ja, ne, da brauchst du Stein für... Oder Keramik. Dann sehe ich hier eine Version oben. Warte mal, ich probiere Sicherheitszahlen. Ich glaube, ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass das nicht geht, aber... Probieren mit überstudieren. Das geht, Elina! Wir haben Gold, wir haben Gold, wir haben Gold, wir haben Gold, da drunter ist irgendwas anderes. Das ist mal Gold. Ist das Keramik oder Beton oder? Nee, Keramik ist das, ne? Ja, sieht aus wie Keramik. Ist das ein komischer Block? Das ist... Beton, wusste ich doch. Ah. Schnell das ganze Gold abbauen, Leute, wir haben nur Begrenzzeit. Elina hilft hier leider auch nicht. Da sieht es sehr gut aus, Elina. Oh. Huch. Sag mal jetzt. Boah, Alter! Ein Baum aus Anden. Anden. Aus Ambossen. Das war übelst die Todesfalle, ne? Ja. Krank, ey, krank. Die können wir ja auch als... Ja, ein Ambossbaum ist safe ab. Ja. Ne, mehrere, weil die sind gedamaged schon. Jo! Schweine! Alter, guck mal, da sind Köpfe. Die sind sinnlos. Hä, ich spawn jetzt, sie müssen ja eigentlich... Ne, wir haben kein Gras. Die spawnen nur auf Gras, Elina. Oh nein. Kann man die abbauen mit Behutsamkeit? Die haben wir nicht. Alter, das ist der hässlichste oder der krankste. Scheiße, man, der Schweinespawner wäre huge. Wenigstens mal welche spawnen würden, wir haben halt nicht mal Essen, ne? Was ich mich frage, ist, können auch Dungeon-Chests kommen? Safe geht das auch. Weißt du? Kisten, die halt in einem Dungeon sind. Also, ich sag... Stimmt, ja. Die halt Loot drin haben, so wie in einem Dorf oder so. Ho! Das wär fett, Alter. Oh! Jo! Erstmal auf chillig... Elina geht's ja gut. Oh, neu. Erstmal auf chillig ein Endportal, sagst du. Die kann man aber nicht abbauen. Ey, das ist der Knopfbaum. Hallo! Das ist ja wirklich so sinnlos. Was ist denn das? Ach, Netherite. Okay. Ja, okay, Buttons. Braucht man Buttons? Mann, ey, das ist eigentlich voll die geilen Inseln, aber wir sind ja nicht weit genug fortgeschritten, damit wir was mit denen anfangen können. Was ist drunter? Lass gucken, was drunter ist. Warte. Kann mit... Mit Camera? Ups. Ach, Granitstufen! Polished Granitstufen oder so eine Scheiße, ey. Weg damit. Elina? Yes. Du Arschloch! Ich hatte mein ganzes Inventar noch voll. Oder die... Oh, du bist so ein Idiot, Alter. Das sah so lustig aus. Oh Mann, ey. Aber dass das auch so geil geklappt hat. Oh Mann, was haben denn die mit ihrem Keramik und Beton, ey? Ja, toll, ich kann... Was ist da drunter noch was anderes? Ich hatte Gold, ich hatte eine Spitzsacke, ich hatte Holz, bin das auch... Wo hast du Gold her? Ja, von den... Von den... Gold Nuggets. Chicken Nuggets. Warum nimmst du einfach das Gold mit? Hä? Wie das Gold mit? Ich hab das abgebaut. Kiste. Das Gold kam, das war doch schon 10 Minuten her. Ja, und? Aber ich brauch doch noch nichts. Dann bist du die ganze Zeit rumgerannt. Ja, aber warum... Man stirbt doch hier nicht. Außer man wird hier sabotiert von seinen Teamkameraden. Soll ich dich... Oh, 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 oh. Meins war lustig. Jetzt einfach runterzuschlagen wäre low. Oh, 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 oh. Ja, ich will hier arbeiten. Baum ist gewachsen. Ich weiß nicht, was daran nicht so lustig ist. Okay, mal sehen, was wir für die nächste Insel kriegen. Ich hoffe, ne geile. Ja, moin. Stein. Nein, nee, ist das Stein? Nee, Akazie ist das. Das ist Holz? Ja, Akazienholz. Akazienholz. Mann, wieso kriegen wir denn nie Stein? Aber wenn wir Stein kriegen, ist das also... Drei Steine bringen uns jetzt auch nicht so viel. Wir bräuchten Lava eigentlich. Was ist drunter? Nochmal Holz. Du... Was ist das? Ah, Skelettköpfe. Nee, aber was ist denn... Ach, das sind Betten. Oh, ich dachte, was ist das denn jetzt hier? Oh, warte. Warte, ich muss mal... Oh, das hört sich so cool an. Warte. Oh, das ist echt ein geiler Sound. Gehen die jetzt alle kaputt? Nein, die sind heile. Warte. Platziere die mal. Platziere die mal. Ja, der Knochen ist gar nicht so unpraktisch. Das hört sich so geil an. Ja, das ist echt ein cooler Sound. Ja, die Betten kriegt man ja nicht mal. Die gehen kaputt. Ja, die sind alle ineinander verbackt oder so. Sinnlos. Ey, so sinnlos. Sinnlos. Kuchen. Puh, lecker. Yum, yum, yum. Voll die Todesfalle. Alles ist voll die Todesfalle für dich. Das ist aber auch wirklich die Todesfalle. Aber irgendwie kommen wir nicht so wirklich voran. Wir kriegen wirklich nur die sinnlosen Sinnlosblöcke. Ich meine, wir haben hier so eine hässliche Keramik. Aber wirklich auch die hässlichste, die es im Spiel gibt. Dann haben wir hier, das ist wieder Ton oder so. Naja, Keramik. Naja, Ton heißt ja jetzt Keramik, glaube ich. Dann haben wir Glasscherm. Glasscherm ist immer sehr beliebt hier. Warum auch immer schon wieder Glasscherm. Oh, Kuchen. Kann man den abbauen? Wie kann man halt nicht mal abbauen, den Kuchen? Das hätte ja wenigstens noch was gebracht, weißt du? Ja, aber die gehen dann kaputt. Oh, wichtig? Nee, auch nur Müll. Perfekt. Ey, was ist denn das hier? Helina, guck mal hier runter. Das denkst du wohl, Alter. Es wäre wirklich das Geilste gewesen, wenn ich dich da jetzt runtergeschossen hätte. Aber leider wusste ich ja so. Es hat leider sehr leicht zu sehen. Ich gehe da nicht drauf. Das kannst du so vergessen. Ich war sowas so ready. Die letzte Insel in der heutigen Session. Da bist du bereit für die Ultima. Was wäre wirklich die krankste Insel, die man kriegen kann? Jetzt Stein einfach. Einfach Stein. Nee, Lava. Es gibt ja Lava-Blöcke, gibt's. Aber wir brauchen vorher Eisen, sonst bringt die uns nichts. Eisen, Stein in einer Insel. Go! Oh. Oh. Ganz maus. Also wieder. Honig. Aber Honig kann man... Der Geräusch, der Gerät. Oh. Oh. Nein! Absicht oder dumm, halt? Das ist scheiße, ich bin da nicht mehr rausgekommen, halt. Ich hab da nicht mehr raus. Eins, eins. Elina? Ja. Nein! Hau rein! Nein! Hast du viel verloren? Nee, geht so. Ja, wieder alles. In der Kiste ist noch nie was gelandet von dir, ey. Das. Na gut, das kann... Alles, was da drin ist, ist von mir. Alles. Nein, nein. Du hast da nie eine einzige Sache reinget. Das hier nicht. Ja, oh, sorry. Die neuen Dinger, ey. Respekt die wieder. Ich hoffe sehr, euch hat die Episode gefallen. Lasst ein Like dafür einen zweiten Part. Das wird aber sehr schwer, ihr Minecraft durchzuspielen. Ich saß, wie es ist. Abonniert meinen Kanal, kostenloser Mente. Bis morgen, euer Benson. Ciao. Bis morgen, euer Benson.